Willkommen zurück zu Berserk and the band of the hawk. Ja Freunde, in diesem Part machen wir dann die letzten Ebenen, jetzt wird es wirklich richtig serious, denn ja, Ebene 81 bis 99 machen wir jetzt. Die allerletzte mache ich nicht, das war die nächste Part, der große Fight gegen Griffith, beziehungsweise gegen die Dämonen von Femto. Aber wir machen den Rest natürlich nochmal mit Guts und ja, guckt es euch am besten mal an, also er hat auch verschiedene Kostüme, er hat am meisten Outfits, war ja klar, das ist das erste. Dann Band of the Hawk, wo er sich eben halt den Band of the Hawk angeschlossen hat. Dann war noch Training. Ich glaube das war, wo er sich in den Bergen zurückgezogen hat und ein bisschen selber trainiert hat. Dann wurde er Black Swordsman. Nach der Eclipse. Das ist die Berserker-Rüstung, die er ehemals von der Hexe bekommen hat. The Beast of Darkness ist quasi seine ultimative Form, wenn er sich mit der Berserker-Rüstung transformiert hat. Dann haben wir noch Guts als Söldner mit Helm ehemals. Und bei den Hawks auch mit Helm. Ich benutze dieses Outfit, viele würden sich wahrscheinlich hier rüber freuen, aber ganz ehrlich, wir können uns auch mit der Berserker-Armor zum Beast of Darkness verwandeln. Aber das ist wieder zu langweilig, zu overpowered, wenn man die ganze Zeit mit diesem Outfit rumlaufen würde. Deswegen nehme ich das. Los geht's. Layer 81. Los geht's. Also das ist wirklich hart. Wie ich das sage, da ist es auch so. Das kennen wir schon alles. Gegen die gigantischen Troll und ein Kelpie. No way, those creatures only exist in fairy tales. They can't be real. Ja. Sie sind aber real. Und Guts wird sich drum kümmern. Okay. Ja, ich denke hier werde ich noch ein bisschen was changen. Das Pferd lasse bei Guts, wie gesagt. Aber ich denke, wir haben hier noch mehr Equipment. Ja, wobei er es nicht gut genug verbessert, wie ich finde. Aber nicht sonst sowas. Keine Nummer. Ne, ich denke nicht. Ne, das wird nicht gut genug verbessert. Also, ne, ich bleib bei dem, was wir hier haben. Aber dieser Ring, der ist wirklich insane. Ring of the Black Beast. Guckt's euch an, was da alles erhöht wird. Komplett Rage-Mode ist am eskalieren. Ja, das ist schon gut so. Und damit werde ich die letzten Ebenen machen. Mit diesem Equipment. Legen wir los. Das wird sich jetzt auch ziemlich ziehen. Das wird nicht alles andere als leichtes. Die ersten fünf Ebenen gehen sogar noch. Wobei die fünfte ist, äh, ein bisschen tricky. Gegen den Kelpie und den Troll. Weil der Kelpie an sich ziemlich nervig ist. Der Troll ist kein Problem. Oder Urga, was es auch immer ist. Allerdings, so ein Urga. Toll haben wir hier. Und ziemlich viel davon. Also, die letzten Bosse kommen jetzt alle nochmal. In den letzten Ebenen. Braucht Garnischka und Slan. Das kann was werden, Freunde. Das kann definitiv was werden. Ich glaube, ich könnte mich jetzt sogar schon zum Berserker machen. Wenn die Frenzy Lice voll ist. Aber warum gegen diese Lappen? Das tut schon nun wirklich nicht zur Sache. Ja, das war's schon. Easy. Das ist alles, was ihr zu bieten habt. Wollt mich wohl trollen, was, ihr Trolle? Ja. The finish is strong trolls. Oh, ich piss mich so in der Hose. Zwei Stück davon. Ach, die verstückt Guts doch am frühen Morgen, ey. Bam. Das ist super gut. Auch gegen den Endboss. Wenn die Gegner immer stunnen kann. Ich hab ja auch ein Attribut drauf, dass eben halt der Stun sich noch verlängert. Das ist richtig klasse. Und zack. Ja, Guts ist... ...wahrscheinlich sogar immer noch der stärkste Charakter. Selbst Griffiths in seiner Dämonenform. Ja, auch kaum mitteilen. Guck dir das mal an, ey. Ich mein, wenn wir uns jetzt noch verwandeln, dann können wir wirklich da locker mitteilen. Und das normale Moveset ist einfach tausendmal besser als Griffiths. Äh, jetzt merke ich das erst richtig. Aber, wie wir sie am letzten Part gespielt hatten. Mag zwar schnell sein, aber hier dieser gewaltige Schaden und... ...der gewaltige AOI, der ist halt wirklich nicht zu unterschätzen, ne. So, was? Was muss ich machen? Ach so, durchhalten muss ich. Ja, meinetwegen. Durchhalten. Das Schöne bei diesen Missionen ist immer, dass man dann ehmals, ähm... ...seine Rage-Leiste aufbauen kann. Und das begrüßt sich doch. Umso besser. Hey, was soll die Scheiße? Hallo? Haben wir es da mal ne Mal? Okay, hat es ja nicht anders gewollt. Ich hätte eh nur 74 Millisekunden durchhalten müssen, aber... ...das haben sie nicht besser gemacht. Nein, ich finde diese ersten Abschnitt ist sehr einfach gegen die Trolle. Aber das, was danach kommt... Ah, das ist wirklich nicht von schlechten Eltern. Vor allen Dingen der Kampf gegen Garnischka. Alter Falter. Ich hab' nicht gedacht, dass der so schwer ist. Ist er aber. Im Story Mode war der echt... ...ein Klacks. Aber hier... ...ich weiß ich, warum der hier so stark ist. Das ist viel stärker als im Story Mode ist, Freunde. Können euch doch freuen. Garnischka-Fight. Richtig episch. Don't take this. Kann sein, dass der vorletzte Part ist. Sehr wahrscheinlich sogar. Weil im nächsten Part machen wir dann den Fight Fight und ein bisschen die Bonus-Materialien. Ich zeige euch, wie die... ...Bilder letzten Endes aussehen, wenn man alle B-Eliten gesammelt hat und so weiter und so fort. Charakterportraits kann man sich nochmal anschauen. Und das war's doch noch. Nur damit ihr Bescheid wisst. Hier fangen, Kesker. Mensch, Gats. Du gehst aber nicht mit deiner Freundin eigentlich um. Naja. Wenn sie es drauf anlegt, ne. Ah. Gestunt. Ich glaube, die ist schon schwächt genug. Naja. Warum soll ich hier jetzt hier einen Anleaschange verwenden, ne? Tut ja nicht zur Sache. Oh, der Skelettritter ist... Was? Der Skelettritter... Hö, der Skelettritter kommt höchstpersönlich, ey. Gruselig. Der hat's halt noch nie gegen den kämpfen müssen. Aber jetzt... Jetzt ist es soweit. Das erste Mal. Kein Problem. Rage-Mode. Los geht's. Danach kommt das eigentliche Problem, nicht. Dieser blöde Kelpie. Wie gesagt, der Oga ist nicht das Problem, aber der Kelpie, ey. Der benutzt immer irgendwelche Wassermoves und schleuert einen direkt immer wieder zurück. Kannst du nichts dagegen machen. Das ist richtig beschissen. Den musst du wirklich irgendwie mit Specials besiegen. Am besten hier mit den Explosive-Stunnen und dann draufhauen. So besiegt man den. Den müssen wir jetzt auch zuerst vornehmen. Hier ist der Kelpie, okay. Explosive. Hier fang. Bam. Oh, er bleibt unbeeindruckt, weil er noch unverwundbar war. Ja, das ist halt das Problem. Der schleuert einen immer direkt wieder zurück. Vielleicht soll ich mich deswegen dann erst um den Oga kümmern. Ja, ich kümmere mich erst um den Oga. Nur mit Rage-Mode oder mit der Explosives. Ah, die sind jetzt aber ready. Nur mit der Explosives werde ich gegen Kelpie kämpfen. Hallo, meine WTF. Das müssen wir doch nicht von so einem komischen Typen hier verarschen. Frosch-Drachen-Mix. Hallo? Herr von uns zu Kelpie? Jetzt chillst du da die ganze Zeit nur. Naja, soll mir recht sein, ne? Ich glaube, es wird Zeit, Freunde. Berserkerform. Yeah. Jetzt hat er eh keine Chance. Vor allen Dingen das hier so, Bro. Boom. Direkt ein Drittel weg, ungefähr, vom Kelpie. Und, soll ich dir was sagen, Kelpie? Ja. Gönn dir das mal. Ja, die Berserkerform ist richtig gelitten. Zack, boom, peng. Fast instant weggehauen, ey. Könntest du mal sehen, ey, wie stark es einfach nur ist. Okay, der rastet aber auch gerade ein bisschen aus. Ach, der Kelpie ist sogar schon besiegt, oder was? Nee, der war auch da noch. Hier ist er. Ah, der zaubert schon wieder. Das hasse ich eben. Aber, it's over. Over 9000. Ja, ich sag ja, die Berserkerform ist mega overpowered. Wenn man die ganze Zeit nur in dieser Form spielen würde, dann hätten wir keinen Spaß dran. Wollen wir ja noch hier eine kleine Challenge genießen, ne? Gucken, ob das reicht. Nee, der ist ja halt hartnäckig, ey. Fuck, ich lasse den jetzt in Ruhe. Juck mich nicht! Jo, das waren die ersten fünf Ebenen. Ging schneller als gedacht, um ehrlich zu sein. Ging schneller als gedacht. Und, ähm, bei den letzten 20 hast du auch keine Auswahl mehr. Ja, die laufen immer gleich ab. Jetzt kommt Slan, dann kommt Garnischka und dann kommt Femto. A.K.A. Griffith. People have such fragile hearts. It must be dull to just sink into despair like that. Ja, satisfy me, befriedige mich. Gerne, Slan. Das tue ich doch. Das tue ich so gern für dich. Nimm mich das Schwert. Bin ich rein, Ramme. Ja, und die Macht der Gewohnheit. Ich hab wieder geguckt. Hätte ich nicht machen sollen. Ja, wäre eh alles. Damit bleibe ich jetzt auch. Ich bleibe bei dieser Ausrüstung. Denn diese Ausrüstung ist gut. Ist jetzt bewährt. Sie ist legendär. Okay. Ganzer Trolle haben wir jetzt. Die Dämonen. Obwohl wir jetzt eigentlich im tiefen Trollbau sind. Ist ja halt nochmal Cliff Hoff, ne? Diese Darkness. Diese dunkle Welt. Oh, wie halt kommt. Alles klar, wie halt. They see me rolling and hating. Er rollt ja schon wieder. Kein Problem. Gestalt, die Feinde kriegen doppelten Schaden. Wollt nicht, wie lang der Gestalt ist, ne? Unfassbar. Oh, er hält aber ordentlich was aus. Ja, ihr müsst wissen, ne? Die Gegner werden richtig widerstandsfähig. Vor allem ganz am Ende. Die letzten fünf Ebenen sind richtig gestört. Das glaubt mir mal. Das müsste jetzt gewesen sein. Yeah. Jo. War klar. Easy. Au. Sie wird schon befriedigt. Nee, reicht dir nicht. Alles klar. Ich komme gleich zu dir. Wenn wir jetzt das letzte Mal sagen, dass du überhaupt irgendwas empfinden kannst. Ah, der Kelpie kommt doch extra hier nochmal. Das finde ich scheiße, ey. Weil das ist so ein Anti-Gegner für Guts. Auch im Anime. Ganz selbst, ich glaube, hier ist sich ja im Anime drum gekümmert. Auf diesen magischen Feinden kommt er nicht so klar. Ich habe ihn trotzdem noch erwischt. Das ist sehr groß, wie vor dem Spiel. Habe ich nicht gedacht, dass ich ihn nicht mehr erwischt habe. Aber es hat noch gezählt. Sehr schön. Dann können wir ihn jetzt richtig verdreschen. Vielleicht soll ich hier sogar in die Berserker-Form gehen. Wobei, ich versuche es mal so. Nee, kein Sinn. No chance. Kelpie zu stark gegen Guts. Boah, was er verknackt. Selbst hier sind Kettenblaster da verknackt. Süßli. Boah, was ist denn los? Deswegen hasse ich den als Gegner. Er ist so nervig. Und Garnischka wird genauso nervig. So ein Story-Mun ist gar nicht so gemerkt. Aber ja, es ist so. Ja, er hat sie besiegt. Sehr schön. Weiter geht's. Nächste Ebene. Kein Zeug zu verlieren. Ebene 88. Zu der Zahl sage ich mal nichts. Ja, damn. Schon wieder zur Endy-Berserker-Form. Aber so wird er einen Soll erfüllt, ne? Na, hier müssen wir, glaube ich, wieder durchhalten. Kommen wieder verdammt viele Gegner und wir müssen, was weiß ich, wie lange wir überleben. Nee, wir müssen 100 killen. Das geht ja schnell mit Guts. Oh, da kommt eine Transport-Einheit. Hm. Den warte ich ab, weil er heilt uns da wieder voll. Wir sehen jetzt hier die 100. Dann kommt wahrscheinlich so ein Anführer. Hauen wir den in die Pfanne. Dann verschwinden die alle und dann kann Transport-Einheit for free zum Ziel. So mache ich das in der... Oh, Boscone, was machst du denn hier in Cliffhoff? What the fuck? Mein Kopf willst dann kommen. Yo, hier. Aber erstmal habe ich ein Geschenk für dich. Fang! Oh, ein bisschen weit geflogen. Ob flog das jetzt so weit? Okay. No mercy for the weak. Die sagen so krass einfach. Das ist der Dreiecksmove. Ja, das war's schon. Ich glaube, Guts ist wieder ein bisschen stärker sogar noch in der Form als Griffiths, als Femto. Aber die Fight werden wir ja erleben. Auf Ebene 100. So, wie gesagt, ich warte jetzt noch auf die Transport-Einheit. Das finde ich schon ziemlich wichtig. Ich meine, wir haben zig die Hälfte verloren vom maximalen Leben. Nicht aus dem Problem, weil wir haben ja noch so ein paar Heilungen, aber trotzdem. Ich finde es angenehmer. Mit Casca habe ich das die ganze Zeit im roten Energiebereich, by the way, gemacht. Weglaufen. Frenzy-Mode. Weglaufen. Und so weiter und so fort. Wie bei deines Warriors. Wenn man rot ist, immer musst du es beim halt. Hier ist halt Rage-Mode. Oh man, jetzt haben wir noch die Oga. Aber der Oga ist dankbarer als der Kelpie. Und dann kommt Flan. Oh shit. Schon wieder nicht getroffen mit dem Kack. Diese Shield-Guts, der Neuze. Ja, Guts. Nicht ich. Ich treffe immer. Es muss ein Guts liegen. Da fehlt immer die Fails auf Videospielfigur schicken. Das kennt auch jeder. So. Na, ich weiß nicht, ob es leicht ist. Ich werde aber nicht zum Beserker hier. Oga kriegen wir so einen hier auch kaputt. Hält natürlich viel mehr aus als der Kelpie. Er greift doch seltener an. Insofern. Ja, seht ihr? Der ist viel einfacher als der Kelpie. Hoffentlich, wenn er mehr Leben hat. So, Slan. Ich bin hier. Schauen wir mal. Ich hoffe, er schielt jetzt nicht wieder. Guts. Treff. Bitte. Bitte. Yes. Jetzt können wir ordentlich draufhauen. Zack, 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 zack. Und... Come on. Yeah. Yeah. Der geilste Move von Guts. Definitiv. Slan. Gönn dir. Schöner Kennshot. Hier müssen wir uns aber wieder beeilen, weil die ganze Zeit kommen hier extra Oga. Ach komm, ich will mich jetzt hier nicht verwandeln. Der fehlt doch nicht mehr viel. Die portet sich doch eh gleich wieder weg. Vielleicht tut sie es jetzt schon. Es geht ab mit der. Ja, jetzt hat sie eine Leistung verloren. Jetzt portet sie sich in der Regel. Komm, porte dich. Slan. Porte dich. Ah, die Tentakel. Macht schon viel Schaden. Die Tante. Jetzt müsst ihr sie sich porten. Ja. Und jetzt werde ich die Beserkerform aktivieren. Ja, die Oga lasst ihr am besten da stehen. Einfach ignorieren. Wir sind eh slow. Unser Ziel ist jetzt Slan. Und nicht diese dumme Oga. So. Jetzt geht sie an den Kragen, Fräulein. Oh, schade. Leider blockt sie das jetzt. Oder auch nicht. Das ist so blocken, dass er durchkommt. Durch den Block. Hätte ich mal eben auch durchgezogen. Schon wieder eine Leiste weg. Komm. Portet die sich wieder? Wahrscheinlich. Sehr wahrscheinlich sogar. Nö. Tut sie nicht. Okay, dann war es das jetzt. Ich weiß nicht, ob sie das aushalten wird. Na doch. Weil sie sich jetzt porten. Natürlich. Ich mache hier meinen Special Move. Und die kann sie einfach wegporten. Ist klar. Seems legit. Ja toll. Jetzt habe ich natürlich nicht mehr hier meine Form. Sie extra weit weggeportet. Aber wir haben noch hier Explosives. Was super nice ist. Ich denke nicht, dass ich die jetzt finishen kann. So viel Schaden mache ich jetzt auch nicht. Ja, auch ein bisschen too much. Wir sind bei Ebene 90. Boah, hey. Der Schaden geht schon klar. Und wie er klar geht, ne. Ich habe 50 Crossbow-Schüsse mit Guts. Warum? Crossbow is so bad. Komm, Slan. Fang. Wir sind schon ein bisschen angeschlagen. Aber ich hoffe, ich kann sie jetzt finishen. Die Bitch. Ne, ich glaube, ich bohrte es sich nur einmal. Oder auch nicht. Goodbye. We did it. Er merkt schon, ich bin jetzt gerade richtig krass gestiegen. Ah, hier haben wir das schöne, schnelle, geile Fährt vom Skelettritter, Mann. Das ist aber eine andere Crossbow, merke ich gerade vom Guts. Noch gar nicht festgestellt. Hm. Ich habe die Crossbow-Sang in dem Spiel, insofern. Ist egal. Oh. Seht ihr? So kann man das kriegen. The Hawk of Light Idol. Das ist das beste Item im Spiel. Weil es jeder tragen kann und es die besten Stats hat. Müssen wir einfach bis zur Ebene 90 kämpfen. Jetzt kommt das Schwierigste. Von den normalen Quests natürlich. Gegen Ganishka. Oh oh, Freunde. Ich bin der Kräuter des Chaos. Baut euch vor mir oder sterbe. Ja. Ganishka. Ich habe die schon mal besiegt und ich werde dich noch mal besiegen. Privat habe ich ihn so oft in der Pfanne grauern, ist ja klar. Oh, guck an. Diesmal hat es sich gelohnt, in den Shop reinzugehen. Okay. Ja. Die Stages von Ganishka sind super einfach. Wobei man natürlich auf die Blitze aufpassen muss. Aber der Fight an sich. Oh mein Gott. Der ist so hart. Das glaubt ihr gar nicht, ne? Das wird nicht gelitten. Das darfst du auch nicht, Gatz. Du darfst nicht verlieren. Du musst ja noch Griffiths besiegen. Und diesmal wirst du deine Rache bekommen. Am Ende ist Eclipse Mode. Am Ende wartet er nämlich. Ebene 100. Er beobachtet uns wahrscheinlich schon aus der Dämonenwelt. Wer weiß, wer weiß, Freunde, wer weiß. Der Preis ist heiß. Bam. Ganz wichtig, dass wir jetzt hier schon ganz früh die Rache-Leiste verstärken und auf 5 bringen. Also aufs Maximale. Ohne maximale Rache-Leiste haben wir nicht zu lachen gegen Ganishka. Das müsste reichen. Und goodbye. Yes. Sehr schön. Der Nächste, bitte. Mhm. 100 Gegner, nehm ich an. Ich sag ja, diese Ebenen sind nicht so schwer. Aber dafür ist der Boss weit umso härter. Oh, muss ich durchhalten? Ne, 100 Gegner. Ich wusste es. Nicht aber auch daran, dass ich das schon so oft gemacht hab hier. Was bei jedem Charakter gleich ist, Freunde. Bei allen 8 Charakteren. Also hab ich es schon 8 Mal gemacht. Ja, wie gesagt, ich geh jetzt trotzdem in Rage-Board. Auch wenn es nicht nötig ist. Nur um das schon mal zu pushen. Zack. Yeah. Ach so, da kommen sowieso noch welche. Dann war es vielleicht sogar sinnvoll. Jetzt kommen wir ja noch die Lieder. Darker Lieder. Die sehen aus wie Teufel, ne? Ach so, glaube ich, irgendwie Fischmännchen sein? Ne, ich weiß nicht. Vielleicht soll es wirklich so Teufelgeschöpft sein. Ich weiß es nicht. Was sind die Darker? Schreibt es mir in den Kommentaren. Waffen sehen auch sehr seltsam aus. Sieht tatsächlich aus wie Harpunen oder so, ne? Oh, das war's schon? Ernsthaft? Ich dachte, da wäre noch irgendwo so ein Leader gewesen. Nein, das ist doch noch nicht. Wenn wir sehen, wer sein Leben verliert, gar nicht gar. Jetzt hast du noch ein großes Maul, ne? Hm, hm. Gleich nicht mehr. Gleich geht's ja nicht mehr. Darker Lieder. Wieder nur zwei Leader besehen? Die letzte Quests sind jetzt nicht so abwechslungsreich. Dann geht's einfach nur um Machtdemonstrationen. Denn da kannst du die Viecher besiegen oder nicht? Hier. Ein Geschenk. Oh, der boostet seinen Angriff. Monka ist. Das könnte guselig werden. Nicht guselig genug, Dennis Besicht. Jetzt müssen wir wahrscheinlich... Ah, ja, jetzt müssen wir eine Minute durchhalten. Jetzt gehen die richtig ab. Problem ist, mein Rage-Mode ist nicht voll. Werden gleich rotes Leben haben gegen Aniska. Ist an sich gut. Vielleicht kriegen wir jetzt schon rotes Leben, muss ich ganz ehrlich sagen. Alles andere als leichtes. Diese teufelartigen Viecher hier, die machen auch verdammt viel Schaden für normale Truppen. Nein, ich bin zwar nicht oft an, aber wenn sie angreifen, ja, dann hast du nichts mehr zu lachen. Einen stärksten normalen Gegner, meiner Meinung nach. Auf jeden Fall. Aufgespießt und weggeschleudert. So sieht's nämlich aus. Ich glaube, ich kann schon zum Ziel gehen nach diesem Angriff. Ja. Vor allem auf die habe ich jetzt keinen Bock mit Aura. Das ist ein bisschen zu viel, ne? Ein bisschen too much. Ach, ja, Ebene 94. Einen noch und dann kommt er, Garnischka. Burn your fools. Willst du denn? The fools. Ich hab keine fools, bin ganz alleine. So, geiler, was will der denn? Wieder 100 Gegner, okay. Immer auf die Blitzer aufpassen, ihr möchtet nicht wissen, wie viel damage die machen. Ach, Rikert ist gekommen. Der soll wahrscheinlich geburnt werden. Nö? Halt, stopp. So nicht. Das ist der arme Rikert, irgendwo, Mann. Rikert, du. Oh, shit. Ja, toll. Jetzt kämpft er aber gegen den Stray War Demon. Dein Ernst, Rikert? Ich hab keinen Bock auf den Stray War Demon, ganz ehrlich. Siegt er auch nicht. Weil die heilen viel zu viel aus. Selbst mit beserker Hüstung. So in der Beserker Form, die Biestform. Der Star machen wir nicht wirklich viel Schaden. Es gibt auch eine Mission, wo man gegen einen Gatz in seinem Beserker Rüstung kämpfen muss. Also wo er sich verwandelt hat zum Biest. Das ist auch ziemlich interessant. Kann man vorweglaufen oder man kann gegen das Biest kämpfen? Hab gegen gekämpft, aber es ging eigentlich. Man muss auch viel ausgehalten. So, Stray War Demon verfolgt mich bis ans Ende der Welt. Ich merke das schon. Ist aber ganz gut, weil dann kann Rikert in der Zwischenzeit das Ziel erreichen. Und dann gibt es eine volle Heilung. Frau Garnischka. Das ist schon sozial gemacht, die Entwickler. Dann eh mal vor dem Boss, dann will ich nochmal geheilt werden. So Rikert, please, do it for me. Erreiche das Ziel. Ah, ernsthaft? Der kämpft jetzt gegen die. Ja, dann helfe ich ihm. Ja, ich möchte schon die Heilung haben. Brauchen jede einzelne Heilung für Griffiths. Bin meine eigene nicht verwenden, man. Nur bei Griffiths halt. Oh, in schlimmsten Notfällen. Das sollte ekler sein. So Rikert. Ah. Versperre ich ihm selber den Weg. Stump. Die Heilung nehme ich sehr gerne. Oh, oh. Monke S. Da müsste er kommen. Garnischka. Jo, haus. In Tiefen. Kommt er hervor? Ja, ich schleue mich direkt weg. Nice. Fängt schon gut an, ne? Ich kann mich niemals zur Beserker vormachen. Frenzy Likes nicht voll ist. Ja. Er ist super stark. In diesem Modus. Die letzten zwei Phasen sind ja richtig schwer. Ah, Crossbow erwischt ein bisschen, aber es macht so wenig Schaden. Kannst du vergessen. Hier, fang. Ja, den kannst du mal nicht stunnen. Das ist das Problem. Insofern kann ich eigentlich drauf scheißen. Bringt eh nichts. Man ohne macht auch ein bisschen Damage. Ist ja in Ordnung. Kleine Vieh macht auch Mist. Ja, guck mal, du kannst ihn gar nicht verletzen. Er ist gerade irgendwie elektrisch geladen. Was soll ich denn da machen? Das war im Story Mode eigentlich nicht so. Ja, dann darfst du ihn nicht angreifen, wenn er blau erleuchtet. Jetzt merkt es. Äh, sind wir wieder die Blitzmerker. Ja, seht ihr das? Solange er leuchtet, habe ich nichts zu melden. Hier, Garnischka. So, jetzt aber. Jetzt hört der Spaß auf. Du drehst auch langsam auf. This wasn't even my final form. Ja, wir müssen jetzt aber hier mit der Dreiecksattacke agieren. Yeah, die macht so viel Schaden. Die haut so auf die Kacke. Das ist unfassbar. Unfucking fassbar ist das. Guckt es euch an. Ja, wenn Gats in dieser Form nicht broken ist, dann weißt es nicht. Deswegen habe ich die Restoring Mode nicht genommen. Das war mir dann ein bisschen zu lame. Guckt es euch an. Wisst ihr eigentlich, wie schwer dieser Bosskampf normalerweise ist? Und, tickt es. Ja, in der Gestalt. Macht es ihm nicht ganz so viel Schaden. Aber das müsste jetzt gewesen sein. Wenn nicht, dann fressen wir ganz Wesen. Kann man mit seinem Dreck und Staub, ey. Okay. Ich hole den Wesen schon mal raus. Warum hält der jetzt auf einmal so viel aus? Ich glaube, er ist auch gerade im Rage-Modus oder so. Das ist auch Sinn macht, wenn er gut zum Sternen ist. Das hat sie an dem Bosskampf. Du wirst von A-B geschleuert. Und wenn er einmal von Blitz getroffen wird, ja, ein... Komm, kommt er, hätte ich manchmal. Von Blitz zu Blitz. Die Wurfwester sind da auch um einige schlechter, als die von Judo, von Guts. Das war's. Sehr schön. So schnell hab ich den noch nie in der Pfanne gehauen. Ey, was willst du denn jetzt hier? Scheiß War Demon. Wieso finden wir hier Sachen für Sott und Griffiths? Ja, jetzt machen wir noch vier Ebenen und den Feilenboss gibt's dann erst später. Hier haben wir einen Femto. Er ist natürlich der Auftraggeber. Endless Abyss. Berserker. Femto. This is the Avis. The place where the endless number of desires drift to. Ja. Es wird Zeit. Für die großen Showdown. Ja, aber den gibt's ja, wie gesagt, dem nächsten Pfad. Aber auch die Vorstufen sind schon schwer. Hier, die einzelnen Ebenen. Richtig hart. Ich möchte nicht wissen, was die Gegner jetzt aushalten. Ist mehr als lächerlich. Aber ist eben mal eine Challenge. Charaktere wie Kessica und Serpico hatten da wirklich sehr große Probleme. Mit Judo nicht, wie gesagt, weil die Wurfmesser OP sind. Hier ist es auch sinnvoll, wenn wir in den Rage Mode gehen. Also im roten Energiebereich, da ist es zwar die ganze Zeit Rage Mode haben quasi. Das hier ist automatisch gefüllt. Habe ich nichts dagegen. Ich habe eigentlich immer so gemacht. Brauche ich aber jetzt nicht forsten, weil es geht eh schnell, dass wir in den roten Bereich kommen. Was echt hart hier ist. Boskone kommt direkt. Mit seinen Purple Rhinos. Und auf dem Pferd. Alles klar. Vom hohen Rost haben wir schon mal runter geholt. Das ist gut. Hier, Boskone. Geschenk für dich. Kommt vor Herzen. Dürbt ihn aber nicht. Schön. Keine Lust, ey. Seht ihr, wie wenig Schaden wir machen? Die Offiziere sind sowas von mega gelitten stark geworden. Soll ich an? Selbst in der Berserker wusste. Oh doch. Die Kanone ist mal wieder MVP. Die hat ordentlich reingauen. Sowas Gauen. Gönn dir. Moment, der ist ja jetzt ganz woanders. Ah damn. Der trifft es wahrscheinlich gar nicht mal. Ne. Damn. Voll gewastet jetzt. Das ist bitter. Auch das hat nicht getroffen. Seriously? Ne, jetzt jeden Move dodgen von mir. Na gut. Hilft ja nichts. Am besten ist, wir gehen jetzt in den roten Energiebereich. Wie gesagt. Weil so habe ich keine Schnitte gegen die. Ja, Boskone. Zeig's mir. Das ist der richtige Weg. Ja, er ist gestunnt. Ich denke, das müsste jetzt reichen. Brauchen wir jetzt hier nicht transformieren. Gestunnt die Gegner kriegen alle doppelten Schaden. Wobei, es juckt ihn eigentlich wirklich kaum. Oh, viel Spatman, ey. No Chance. Ohne Berserker Armor. Nix zu machen. Das lustige ist, ich hab's mal einmal privat gemacht, ohne hier diese Form zu verwenden. Das war ein Challenge, das sag ich euch. Hab' ich mal wirklich gemacht. Ewig gedauert. Ihr seht, wie viel die Gegner aushalten. Nicht empfehlenswert für das LP. Lord of Thieves kommt nochmal. Ach, du Scheiße. Ernsthaft? Den hab' ich überhaupt keine Lust, Mann. Ich hasse diesen Boss. Komm, roter Energiebereich, please. Ist ganz wichtig gegen Lord of Thieves. Komm, ich lass' mir jetzt hin. Greif mich an. Alter, ich will mich verarschen. Yes. Danke dafür. Aber wenn der Lord of Thieves uns einmal hittet, dann ist ein bisschen mehr weg als das. Ja, deswegen sollten die mich lieber hitten. Hat schon Sinn gemacht. Oh, der Schaden. Aber leider eine Dreifachleiste, der Dude hier. Der war by the way besonders schwer, hab' ich irgendwie zehn Minuten für gebraucht. Ohne die Berserkerform. Okay, Lord of Thieves. Ich hoffe, diese Leistung verschwindet jetzt auch direkt. Ah, wie widerstandsfähig die sind jetzt. Unfassbar. So. Absoluter Rage-Mode. Kein Problem. Ich hab' noch ne Kanone für dich. Nee, macht jetzt nicht mehr so viel Schaden. Ja, sobald die letzte Leiste erreichen, diese Bosse, dann gehen die noch mehr ab. Ist er gestunt? Nö. Juckt die nicht. Er denkt sich, ja, ich hab mich zwar gut getroffen, aber egal. Jetzt muss ich echt das Weiteste tun. Lord of Thieves, gönn dir. Jetzt wieder zurückgeschlagen. Gucken ob's reicht. Aber jetzt. Junge, was ist der auswählt? Drei Leisten. Hat der normale Lord of Thieves auch drei Leisten? Ich glaube, der hat nur zwei. Ich weiß es nicht mehr. Oh, The Count kommt auch noch mal. Ja, ne, ist klar. Das ist auch so ein Nervboss. Na, komm. Lohnt sich zwar kaum noch, aber... Ich probier's. Einen Leisten abziehen kann mich nicht zufrieden. Ja, locker. 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 Easy money. Ja, der hat schon immer drei Leisten gehabt. The Count. Na, das weiß ich. Jetzt muss ich weiter suchen. Das Problem ist, The Count kann einen überall treffen. Diese scheiß Hände überall rauskommen. Seht ihr das? Richtig dumm. Muss man wirklich aufpassen. Ja, seht ihr? Komm schon. Obwohl er so weit weg ist. Da wollen wir mal. Time to strike back. Erstmal kein Hühnchen. Puh. Dreiecks Attack ist so gut gegen Bosse, Mann. So, The Count. Kannst jetzt bitte deinen Rage Mode aktivieren? Danke. Ey, wie er es nicht macht, ne? Wie er die Zeit jetzt schindet. Ja, ne, ist klar. Das wird jetzt nicht so viel abziehen. Ihr seht es. Was der Rage Mode sind, dann juckt ihn das nicht mehr so. Oh, das schon. Ja gut, aber wer war gestunnt, ne? Dann machen wir ja Doppel in Schaden. Und das war's. The Count is besügt. The final Countdown. Und jetzt kommt der letzte Boss Gegner for Griffiths. Ich glaube, es war Zod in a Beast Form. Was auch richtig hart wird, ja. Also Guts hat, glaube ich, die stärksten Gegner nochmal gehabt. Wie gesagt, ich finde WI halt nicht so stark. In a Beast Form. Monster Form, whatever. Ja, der kann dann auch richtig gut chasen. Vor allem die Computer können den irgendwie kontrollieren. Das ist ein Rampage Mode. Ah, shit. Halt ein, zwei Mal Gegner hinten. Mit maximaler Rage Stufe. Und schon hast du deinen Frenzy gerade nach voll, ey. Je größer und fetter die Gegner sind, desto mehr Schaden machen wir irgendwie. Mit diesem Angriff. Mir ist schon öfter aufgefallen. Kann ich sehen lassen. Ja, brauchst gar nicht so rumzuschreien, sott. Brauchst du nicht. Denn gleich ist es vorbei. Du wolltest doch meinen würdigen Gegner. Ach, jetzt bin ich hier. Oh, shit. Was geht jetzt ab mit ihm? Jetzt soll ich vielleicht schon was weiter tun. Wobei, einen Anleash-Angriff kriegen wir glaube ich noch hin. Ja, komm. Komm, 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 komm. Das macht wenig Schaden, verdammt nochmal. What? Er hat es ignoriert? Seriously? Jetzt müssen wir wirklich es weiter tun. Dem ist jetzt nicht mehr zu spaßen. Immer auf dem Map gucken. Ja, jetzt rennt er nicht schon wild umher, glaube ich. Bewegt sich auf einmal so schnell. Okay. Es wird wieder Zeit, zurück zu schlagen. Meint ihr, es reicht? Ne, ich mach vorher noch eine Kanone. Jetzt reicht's. Safe. What the fuck? Kanone hat überhaupt keine Wirkung bei ihm, ne? Von dem Rage-Mode zumindest die nicht. Alter. Aber er ist besiegt und hier geht's im nächsten Spot weiter. Da ist er. Griffiths. Pfeilen-Boss-Time im nächsten Part. Daumen hoch, falls es nicht gefallen hat. Falls nicht, könntest du dir gerne fokussieren. Sonst sehen wir uns wieder beim nächsten Mal. Richtig episch. Ein unfassbar harter Boss-Fight. Sowas habt ihr noch nicht gesehen. Klar, mit Berserker-Rüstung geht's. Aber trotzdem wird es nicht leicht. Ein Fehler und man ist Instant Death. Na, Kommod 1 so hart. Na gut, wir haben noch Heilungen, aber trotzdem. Da muss ich sehr, sehr achtsam sein. Nicht verpassen. Bis dann und tschau. 讓 ich gesund und feststellen. Machnadeer. Mo presence Jahr K Я craint. Machnadeer. Eih, Leiby, Four, undisiinss. Bett, serial Nebarer. Machnadeer. iodíoDSs. graphnadeer bat. Phil Mond hat,